Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar möchte ich dir in diesem Video zu Loxone einmal zeigen, wie du diese Yeelight-Bieren integrieren kannst. Das sind eben günstigere Alternativen zu zum Beispiel Philips Hue. Diese Bieren sind direkt im WLAN und können eben über das LAN ganz normal über TCP-IP angesprochen werden. Und deswegen können wir sie auch mit virtuellen Ausgängen natürlich in Loxone direkt integrieren, an unsere Lichtbausteine hängen und dann eben in unsere Lichtszenen bzw. Stimmungen dann auch integrieren. Wie das geht, erfährst du in diesem Video. Und falls du irgendwas nicht verstehst oder die Grundlagen zu Loxone fehlen, schau gerne in unserem Loxone-Grundlagenkurs vorbei. Den Link packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Dort lernst du von A bis Z alles, vom Einrichten der Config bis hin zu fertigen Szenen, Stimmungen, Rollladensteuerungen, Beschattungen und so weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich im Kurs begrüßen dürfte. Ja, jetzt aber los mit dem Video. Viel Spaß mit diesem Yeelight. Damit das Ganze funktioniert, musst du die natürlich als erstes in die App integrieren und du musst eben hier den LAN-Modus, also den Control-Mode, LAN-Control, irgendwie so heißt das in der App, blende ich dir hier nebenan auch gerade einmal ein. Das musst du pro Lampe aktivieren. Dann brauchen wir die IP der Lampe und den Rest erkläre ich dir hier, wie man eben auch mit RGB und so weiter in Loxone mit diesen Lampen hier arbeiten kann. Damit wir überhaupt verstehen, was wir der Lampe senden können und wie wir mit der überhaupt kommunizieren können, dafür gibt es hier eben so ein Dokument in der Entwickler-Dokumentation von der Yeelight und hier ist eben alles Mögliche erklärt, wie man das Ding theoretisch auch über das Netzwerk discovern kann, also wie man die Geräte findet und so weiter über UDP-Requests. Und weiter unten steht hier irgendwo auch, was die Geräte verstehen. Unter anderem hier ist SetPower und SetRGB, das sind eigentlich die Sachen, die uns hier interessieren. Mehr müssen wir eigentlich auch nicht wissen, also SetRGB und SetPower. Das ist eigentlich alles, was mich hier jetzt gerade interessiert. Und wenn wir hier ein bisschen weiter runter gehen, dann haben wir hier auch Beispiele dafür. Hier ist zum Beispiel RGB und hier sieht man auch, was für einen Request man übermitteln muss. Hier an dieser Stelle und der hier würde jetzt komplett das Ganze auf Blau setzen. Hier sieht man auch, wie sich das zusammensetzt. Wir haben hier 24 Bit. Die ersten 8 Bit sind hier für Blau, die nächsten 8 Bit sind eben für Grün und die letzten 8 Bit sind eben für Rot. Ich hätte das eigentlich andersrum gezeichnet. Ich weiß nicht, warum die das so rum machen. Aber jetzt kann man sich eben ausrechnen, welcher Wert hier rein muss, wenn man eine bestimmte Farbe haben will. Und damit wir verstehen, wie wir das umrechnen müssen, müssen wir erstmal verstehen, wie Loxone die RGB-Werte von so Lichtbausteinen ausgibt. Dafür gibt es hier die Dokumentation von der Lichtszene. Und da sieht man, dass der Wert, der da rauskommt, der Analogwert, wenn wir eben so eine Lichtquelle in unserem Lichtbaustein auf RGB stellen, dann steht hier eben, wir haben den Prozentwert in Rot plus den Prozentwert in Grün mal 1000 plus den Wert Blau mal eine Million. Und dann haben wir eben hier, ja, den Wert hier so auseinandergebaut. Also der Wertebereich geht dann von 0 bis, ja, wie viel ist das dann? 100.100.100.100. Das klingt komisch, aber wir haben jetzt hier quasi der erste Wert. Hier ist dann der Blauwert, weil der wurde ja mal eine Million gerechnet. Das wären jetzt 100 Prozent Blau, 100 Prozent Grün und 100 Prozent Rot. Und das müssen wir natürlich jetzt noch zerlegen und dann entsprechend übermitteln. Jetzt nicht erschrecken, ich habe hier einmal meine komplette Herleitung für eine fertige Formel zusammengebaut. Das hat ein paar Minuten gedauert, das habe ich nicht mal eben so gemacht. Deswegen habe ich mir das hier auch dokumentiert, Schritt für Schritt dann eben. Und wir hatten ja gelernt, R plus G mal 1000 plus B mal eine Million ergibt zum Beispiel hier 43.015.100. Und dann haben wir eben R 100, G 15 und B 43. Und wenn man das umstellt, sodass die richtigen Werte an der richtigen Stelle stehen, kommt eben B mal eine Million plus G mal 1000 plus R raus. Und dann können wir das hier ein bisschen leserlicher hintereinander haben. Ja, wie errechnet sich das? Int rundet hier eben dann ab auf die Ganzzahl. Und dann haben wir hier I1, was der Input dann nachher von unserer Formel ist, geteilt durch eine Million und das als Ganzzahl. Dann haben wir schon mal den Blauwert. Also wenn wir diesen Wert hier, den wir hier haben, geteilt durch eine Million rechnen, hätten wir hier 43,0151. Und wenn wir das als Ganzzahl haben, haben wir hier 43. Und dann habe ich es so weitergemacht mit G und dann mit R. Und hier habe ich noch B und G geschrieben. Und ja, dann habe ich das eben gegeneinander aufgelöst. Das heißt, hier habe ich ja jetzt B und hier weiß ich schon, was B ist. Habe also einfach die Unbekannten ersetzt. Und dann habe ich hier diese Formeln rausbekommen. Die lese ich jetzt nicht komplett vor. Das ist genau das Gleiche, nur eben ausgefüllt. Dadurch wird es natürlich länger. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir ja nur 100 DIM-Stufen, also von 0 bis 100 Prozent in Loxon haben, aber 255 Stufen in der Y-Light. Und das heißt, wir müssen die Basis umrechnen. Also teilen wir jeden dieser Werte, die wir hier errechnet haben, geteilt durch 100 und rechnen ihn mal 255. Und so wird aus 100 eben 255. Und aus 50, lass mich lügen, 125, ein paar. Beziehungsweise 127,5 müssten das ja dann sein. Und deswegen müssen wir das Ergebnis auch wieder runden, weil hier sonst immer Komma-Werte rauskommen. Und dann müssen wir das Ganze noch an die richtige Stelle schieben, habe ich geschrieben. Weil wir haben hier in dem Dokument steht hier ja, RGB ist quasi R mal und dann 65.536 plus G mal 256 plus B, damit das hier eben nach hinten rutscht jeweils. Und die Reihenfolge ist anders, deswegen habe ich das genau so dann einmal gemacht, wie das dort steht. Also den Wert dann mal 256 gerechnet, den grünen Wert und den rot Wert, damit der quasi nach ganz links in unserer Grafik rutscht, habe ich hier mal 256 mal 256 gerechnet. Ich hätte auch einfach mal 65.536 rechnen können. Ja, diese drei Werte oder diese drei Formeln, die ich dann habe, habe ich einfach hintereinander addiert. Also die erste plus die zweite plus die dritte quasi. Und dann waren wir auch schon fertig. Das ist also hier die Formel, die das Ganze jetzt herleitet und uns diesen RGB-Wert eben in diesen Wert umrechnet, den die Y-Light versteht. Und das war eigentlich auch schon der schwerste Teil. Und das können wir jetzt in eine Formel packen in Loxone und damit dann gleich weiterarbeiten. Ja, wie habe ich mir das Ganze hergeleitet? Ich habe es hier erst so zusammengebaut, um zu gucken, ob meine Formel quasi dann auch stimmt. Und dann habe ich den Wert hier quasi so rausbekommen. Der Wert hier ist quasi nur I1 durch eine Million. Dann habe ich eine Ganzzahl draus gemacht und dann habe ich das hier drangehängt. Bei grün habe ich dann den Wert wieder davon abgezogen, wieder eine Ganzzahl draus gemacht und so weiter. So habe ich mir quasi die Formel dann hergeleitet beziehungsweise getestet, ob sie richtig ist. Und wenn ich das jetzt hier nämlich verstelle, zum Beispiel hier auf so einen blau, dann kommt hier an dem Ausgang raus, wir schauen einmal, 25% rot, 30% grün, 100% blau. Und das macht hier quasi, machen alle meine Bausteine. Dann kommt hier 13025 raus und hier habe ich eben diese Logik mit I1 durch 100 mal 255 plus I2 durch 100 mal 255 mal 256 und so weiter. Und hier kommt jetzt genau das gleiche raus hier hinten, wie an dem Baustein hier unten. Sieht man nicht so gut, glaube ich, ist relativ klein. Aber deswegen, der eine Baustein macht genau das gleiche, was die alle hier auch machen. Und deswegen kann ich das hier jetzt wegschmeißen, weil ich weiß, dass es funktioniert. Ja, so sieht das Ganze hier jetzt aus. Und jetzt haben wir quasi aus dem RGB-Wert hier, den virtuellen Status kann ich auch mal wegschmeißen, haben wir hier den Wert gemacht, den wir für die Yeelight brauchen. Und wenn ich alles hier auf 100% setze, dann kommt hier eben 100, 100, 100, 100 raus. Hatten wir ja eben schon gesehen. Und hier kommt raus 16777215. Und wenn wir das vergleichen, hier mit dem Wert, dann sehen wir, wir können von 0 bis 16777215. Es kommt also genau hier quasi in hex fffff raus. Perfekt. Und damit arbeiten wir jetzt weiter. Zurück in unserer Loxone-Config gehe ich also auf die virtuellen Ausgänge und lege hier einen neuen virtuellen Ausgang an. Den nenne ich jetzt einfach mal Yeelight. Und als Adresse nehmen wir nicht HTTP, sondern hier TCP. Und da schreiben wir hin, die IP eben von unserer Birne. Es ist natürlich wichtig, dass sich die IP nicht ändert. Und dann kommt ein Doppelpunkt und auch der Port dahinter. Der ist 55443. Das steht eben auch so in der Dokumentation. Ja, das haben wir also erledigt. Wie gesagt, bitte darauf achten, dass sich hier die IP nicht ändert. Das kann man in der Regel im Router einstellen. Ansonsten müsste man ständig die Loxone-Config verändern, wenn sich mal die IP ändert. Gut, wir klicken das Gerät hier an und legen einen neuen virtuellen Ausgangsbefehl an. Und den nenne ich einfach mal hier Power, weil der soll erstmal hier die Lampe ein- und ausschalten. Dann haben wir hier einen Befehl bei Ein und einen Befehl bei Aus. Das haben wir jetzt schon öfter in den Videos gesehen. Und der Befehl bei Ein ist dieser hier. Ich mache das mal ein bisschen breiter. Und der nimmt einfach hier ID 1. Die ID ist laut Doku einfach nur eine frei ausgedachte ID, die wir in der Antwort zurückbekommen. Ist also egal, was wir hier hinschreiben. Dann nehmen wir Set Power. Parameter wäre hier On. Dann hier Smooth. Und dann über 500 Millisekunden. Und das gleiche ist auch bei Aus. Nur, dass hier dann eben Off steht. Das Ganze hängen wir dann hier an unsere Formel. Und dann müssten wir die Lampe schon ein- und ausschalten können. Ja, aber jetzt fehlt hier natürlich noch komplett die Farbe. Und das machen wir über einen zweiten virtuellen Ausgang. Ich habe da relativ viel ausprobiert. Das geht leider hier nicht anders. Falls du es anders weißt, dann sag einmal Bescheid. Und zwar nennen wir den hier Farbe. Und das Problem ist ja, wir bekommen hier Werte von 0 bis, ich weiß gar nicht, 67 Millionen oder was war das. Und dann kann man eben hier nicht mit Befehl bei 1 was senden und Befehl bei Aus dann eben auch etwas. Ich hatte es erst, dass ich hier Set Power On, dann einen Semikolon gemacht habe und dann einen zweiten Befehl mit Set Color gesetzt habe. Das Problem ist, wenn ich das hier jetzt nicht als Digitalausgang mache, wird Befehl bei Aus nicht mehr gesendet. Denn wenn wir uns hier die Beschreibung angucken, dann steht hier, dieser Text wird gesendet, wenn der Ausgang 1 geht oder sich der analoge Wert ändert. Und der analoge Wert ändert sich eben auch bei 0 zum Beispiel. Das ist ein bisschen blöd, dass hier dann nicht der Befehl bei Aus mitgesendet wird, sonst könnte man das eben so nutzen. Ja, und hier Befehl bei 1, da schreiben wir folgendes hin. ID 1, Method ist hier Set RGB weiterhin, Params sind hier V, also der Wert, der hier vorne anliegt dann nachher und auch wieder Smooth und dann 500 Millisekunden. Und hier muss natürlich auch dann am Ende Backslash, eher Backslash N dahinter. Das steht auch in der Doku, dass man die Befehle eben immer mit Carriage Return Line Feed eben abschließen soll. So, dann haben wir hier Farbe und das packen wir einfach auch da drunter. Zack, und das war es im Endeffekt auch schon. Einmal die ganze Konfigur speichern und in den Miniserver speichern. Jetzt gehe ich in das Arbeitszimmer und kann hier die Lampe einzeln steuern. Kann die also hier auf dieses Pink stellen zum Beispiel oder auf, ja, Braun oder was ist das? Dann auch hier auf Grün, Türkis und so weiter. Und natürlich kann ich hier auch sagen, aus und dann geht die Lampe aus und bei viel Licht geht sie eben wieder an. Jetzt wollen wir das Ganze aber nochmal testen, ob das wirklich so funktioniert, wie ich das vorgestellt habe. Ich öffne hier einfach mal die Yeelight und ziehe mal hier die Brightness hoch und dann sieht man schon, das reagiert wirklich gut. Und man kann hier einwandfrei die Helligkeit von der Yeelight dann auch einstellen. Ja, dann schieben wir mal hier den Farbkreis hoch oder hier auch runter zu blau, zu rot, zu orange. Und das ist wirklich verzögerungsfrei praktisch und funktioniert hier wirklich super. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Szene aus hier wähle, dann dimmt die Lampe natürlich runter. Bei viel Licht geht sie einfach nur an. Und das können wir jetzt natürlich alles in unsere Stimmung hier mit integrieren. Funktioniert einwandfrei genauso, wie man sich das vorstellt. Und man merkt hier gar nicht, dass man gerade ja keine Loxon-Komponente bedient quasi, dass das Ganze über WiFi läuft. Es ist wirklich, wirklich einwandfrei integriert und ich kann das Ganze nur empfehlen, wenn man darüber nachdenkt, solche drahtlosen Glühbirnen oder Leuchtmittel eben nachzurüsten. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen. Schreib gerne in die Kommentare, was du von diesen Yeelight-Komponenten hältst. Ob das für dich eine Alternative zu Philips Hue ist. Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum? Würde mich sehr interessieren. Vielleicht hast du die auch schon in Loxon integriert. Philips Hue, die Integration zeigen wir ja zum Beispiel in dem Loxon-Grundlagenkurs. Einen Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin. Werde gerne Abonnent des Kanals, wenn du weitere Videos zu Loxon sehen möchtest. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.